Der amerikanische Cocker Spaniel Dieser Hund hat ein wahrhaft vergnügtes Gemüt und ist angenehm, um sich zu haben. Er ist ein gut gelaunter Kerl, der gerne jeden zufriedenstellt, es liebt zu spielen und einen süßen, sensiblen Charakter hat. Wie der moderne Mann eben. Er passt sich gerne den Plänen deiner Familie an und liebt Ausflüge aufs Land. Dort kann er herumtoben und seiner Neugierde freien Lauf lassen. Das heißt jedoch nicht, dass er sich nicht auch in der Stadt wohlfühlt, denn er hat keinerlei Probleme damit, an der Leine ausgeführt zu werden. Er ist unglaublich liebevoll und freundlich mit allem, das sich bewegt, einschließlich Menschen, die er gar nicht wirklich kennt. Er genießt es, sich mit ihr herumzuwälzen, doch er braucht auch einen anständigen Lauf am Tag. Umso länger, umso besser. Mit seinem seidigen Fell benötigt er einiges an Pflege, um immer gut auszusehen und sich gut zu fühlen. Deshalb sollte er zwei- bis dreimal die Woche gebürstet und gekämmt werden. Ein Schnitt sollte wirklich nur vom Profi durchgeführt werden, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Interessante Fakten. Diese Rasse ist eine besonders beliebte Wahl unter US-Präsidenten. Nixon, Truman und jüngst Bill Clinton hatten diese Rasse. Der amerikanische Cocker Spaniel. Ein wirklich nettes Kerlchen, wenn man gewillt ist, sich Mühe zu geben.